recht herzlich willkommen zur 78 folge von kerbal space programm und zwar sind wir jetzt auf der route hier also wir müssen hier rein damit was sehen um den dingens hier zu umrunden und dafür sollten wir jetzt sofort ausrichten und losbrennen haben wir ja ausgerichtet das bedeutet wir brennen sofort los damit wir unsere bahn da hinkriegen wo wir hin müssen natürlich einmal vollkommen umdrehen irgendwie aber das ist halt gerade so vollspeed irgendwie kontraproduktiv hat man mir gesagt aber ist halt so bis es optisch gut aussieht optisch gut aussehen tut jetzt finde ich ja einigermaßen geht hat so den punkt dann den punkt weg warum will er jetzt nicht wieder gehen obwohl auch egal der sitzt jetzt wieder da so jetzt haben wir es geschafft heute bilder irgendwie auch nicht so wie ich will so etwas manöver so mal gucken dass wir so ein bisschen was sehen hier und das ist verkehrt das ist unsere flugwagen gerade die wollen wir natürlich nicht haben dann verschiebt er sich aber da wieder und das wollte ich ja gerade vermeiden möchte ja gerne so kommen dass wir hier diese bahn auch haben so so ist es eigentlich nicht so gut dieä lindikal 북ière brauchen wir jetzt gleich in den orbiter1 oder das ist der das sind jetzt 20 glaube so schon ganz gut bisschen länger oder so sieht es gut aus ok das war jetzt falsch rum aber das ist mir egal und kurz einmal brennen so dann haben wir schon mal einiges da in der flugbahn drin das sollte ganz gut sein oder kommen da schon mal ganz gut hin denke ich mal die richtung passt schon mal so und dann müssen wir hier gucken dass wir da noch manöver haben was uns dann so ne das gefällt nicht ist der ne der ist es auch nicht der ist es gut sieht schon fast super aus dann oder ich sollte noch schnell nixett manöver hier rein science science hier gucken dass wir die hinkriegen log temperature geht senden macht da ich konnte es aber gar nicht so schnell lesen was da stand ne da müssen wir nicht drehen wo ist das hydrometer oder wie hieß es da ist es log pressure data und das geht auch senden wie sieht das mit saft so aus ok ich hoffe der das jetzt dann gespeichert aber das merken wir ja wenn wir es nochmal anklicken oder dann meckert er ja oder ok da geht nix ist klar ok äh und da ist accept the space cloud and hm ist mal weg ok high over minimus ok das heißt wir müssten auch noch low oder sowas dann finden ne ne das war der falsche taste die wollte ich nicht ok keep experiment keep experiment das war der jetzt oder view data ok dann war das jetzt gerade wohl nicht gespeichert zuerst aber das ist dann ne gut und das war schon mal super denke ich mal jetzt gehen wir da wieder rein und sollten dann einmal ausrichten auf den blauen punkt und ja dann würde ich sagen warte mal das ist alles prima jetzt naja jetzt habe ich hier ganz viele sachen die ich gar nicht angezeigt haben will ne ok ab hier machen wir mal damit das weiter vorangeht ist das richtig orbit ne ich glaube nicht ne surface das so egal jetzt erstmal glaube so sieht alles gut aus bis dato und wenn du den punkt nicht verpassen wenn wir da dran sind ne dran sind ne ab dem next manöver ja ab dem next manöver können wir machen ne jetzt müssen wir gerade noch korrigieren glaube das ändert sich noch ein bisschen oder so so jetzt ist gut oder so manöver ist auszuführen in 52 sekunden das müsste also auch gut sein 36,4 haben wir dann delta v 1212 alles was über 500 war bedeutet wir können auch landen hat der der halo geschrieben dafür danke ich mal wieder ja ich hoffe ich mache alles richtig obwohl wir sind jetzt in der nähe von dann na das schaffe ich jetzt aber nicht mehr das kriegen wir auch gleich noch hin wenn wir den orbit geschafft haben ne die instrumente nochmal zu nutzen aber ich weiß gar nicht ob das überhaupt geht ich glaube nicht mehr weil wir sie schon einmal benutzt haben ne oder gut ja jetzt sind wir 10 sekunden davor müssen jetzt ein orbit brennen machen wir jetzt gleich ne aber das ist auch nicht viel wie das aussieht 36,4 jetzt muss ich mal gucken und das ist ein orbit cool oder jetzt müssen wir den nur ein bisschen ach guck mal das sieht ja schon total gut aus oder jetzt muss ich das noch schaffen den da hinzukriegen oder was dann machen wir den weg wenn wir da sind müssen wir ein bisschen kleiner werden oder wie sehe ich das ich glaube die die ebene ist schon top ne das war wohl das falsche oder warte mal wenn ich den ziehe was passiert dann ok damit er den aus der mitte da geschleudert das passt mir nicht das bedeutet den müssen wahrscheinlich den ziehen gut dann sind wir da unten schon konform ja ich denke mal das ist schon der punkt wo wir das machen müssen oder ja das ist super denke ich mal da brauchen wir gar nicht viel machen ist denn unser auftrag dann schon erfüllt irgendwie ne ne ok wo ist denn unsere aufgabe i turn to permit from orbit of the moon ok rescue ok ok ah das ist er jetzt müssen wir noch ein bisschen feinarbeit machen ne ok das kriegen wir auch noch ein gut work to next manöver wieder da müssen wir einmal kurz brennen und da sind wir schon letzte minute läuft äh nochmal gerade ein bisschen schneller so jetzt nochmal gut und dann sind wir richtig ausgerichtet ich glaube schon das geht so ne oh das war aber aha habe ich habe ich die triebwerksleistung zurückgenommen wie der dralo mir das gesagt hat ich glaube das war jetzt verkehrt aber ist auch egal da wo sind wir jetzt hier sind wir aber wohl das ist ne warte mal der blaue ist unserer da würde ich jetzt mal sagen ganz einfach der ist da 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 muss da der punkt sein eigentlich wo wir jetzt einmal kurz ne das bringt so nix äh das kann weg wir müssen es auch hier machen ne toll das war auch die falsche stelle das war voll doof ups das war zu viel so ähm einmal in das triebwerk geguckt haben wir schon runter gemacht vielleicht machen wir es noch weiter runter oder ist schon super denke ich und äh wir müssen jetzt bis dahin vorkommen überhaupt demnächst manöver dann müssen wir natürlich auch den ins fadenkreuz nehmen ne so passt äh wir haben noch 50 sekunden knapp und das sind nur 0,7 meter das ist ja fast gar nix da brauche ich nur schub geben ohne volle leistung ne ja denke ich mal so ein bisschen schneller laufen lassen passt und einmal kurz brennen stopp dann sind wir hier mit konform und dann können wir da wieder brennen um das richtig zu machen sollte so funktionieren oder äh ja das machen wir add manöver ist einfacher kann man nix falsch machen ne oh so das sollte ungefähr hinkommen oder so würde ich sagen sieht das eigentlich mit der anderen achse aus die super wollen wir uns keine gedanken drum machen das bedeutet das ist auch super ja keine warb so far ok sehr interessant äh ist das manöver falsch gelaufen äh ist das manöver falsch gelaufen warte mal das ist das ist falsch gelaufen glaube ich muss das da hin machen so so und dann na so oder jetzt hat er das wieder woanders hin gemacht oder sehe ich das falsch äh das passt nicht oder ich sehe jetzt hier so viele gestrichelte linien das ist irritiert mich jetzt gerade wir haben ach da ist noch manöver angeboten alles klar das mal weg dann passt's auch ne hat manöver da ein bisschen mehr gas geben und dann sieht das schon gut aus denke ich mal ok warp to next manöver ausrichten noch also wir sind jetzt im warpen deswegen geht das nicht wo das dauert der stunden ok und suchen punkt ist da ausrichten kurz schneller laufen lassen 2,9 meter die sekunde ist nix zehn sekunden haben wir und einmal kurz brennen und fertig gewonnen super mission erfüllt das können wir weg machen das ist cool dass wir das geschafft haben ja und weitere dinge werden wir dann in der nächsten folge machen und das wird dann die landung sein denke ich mal und ja science oder sowas gucken wird ich weiß jetzt nicht ob was können oder nicht dass wir mir bei der dralo sagen können ja dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss